Hallo alle zusammen, wir machen heute Grießkekse. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie Grießkekse gemacht, gegessen, ehrlich gesagt auch nie irgendwo gesehen, deswegen war ich da jetzt voll neugierig und wollte die machen. Die sind mit Apfel, also sind jetzt noch nicht klassische Weihnachtskekse oder so, sind super einfach zu machen, super schnell, mit gängigen Zutaten, die man normalerweise zu Hause hat, wenn man ein bisschen backt. Ja, ist einfach perfekt, wenn sie dann schmecken. Wir werden es einfach sehen. Ich gehe jetzt mal einfach positiv an die Sache, ich muss gerade mal gucken, weil, ich war doch vorhin bei den Kindern, sie arbeiten doch zum Teil mit der Tagesmutter zusammen und die, ach jetzt sehe ich mich besser, da war heute wieder eine Aktion, wo sie alle hintereinander sich so auf mein Knie hier drauf stellen oder ne, Oberschenkel ist es ja und dann schwingen sie sich immer hier rüber, so machen dann einen Purzelbau und ja, dann bleiben sie hier hängen und da hängen und manchmal, ach Gott, das muss ich auch, das kann ich euch sagen, wenn ich dann rausgehe, aber freut mich ja, wenn es den Kindern auch Spaß macht, ne, deswegen dürfen sie das ja. Ja, deswegen musste ich gerade mal gucken, weil die Haare habe ich jetzt gar nicht angeguckt gehabt, wie die aussehen, aber wurscht. Es geht ja im Endeffekt ums Rezept. Also, wir starten jetzt und dann sehen wir uns bei der Verkostung wieder hier auf meinem Plätzchen. Dann starten wir mal und zwar hier habe ich einmal Weichweizengrieß in Milch eingeweicht. Das soll so 30 Minuten stehen und dann geht es weiter mit dem Rest. Hier habe ich jetzt einmal Butter drin, dazu geben wir Zucker, dann Vanillezucker, dann Salz. Die Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Ich hoffe, dass jetzt jeder die Infobox findet. Sonst, mein vorletztes Video hat es noch mit drin, wie man zur Infobox kommt. Genau. Und das tun wir jetzt erst mal schaumig rühren. Dann geben wir unseren Grieß mit der Milch mit dazu. Bin echt mal gespannt, die so werden. Dann verrühren wir das nochmal. So, jetzt habe ich hier einen Apfel gerieben. Den geben wir einmal mit dazu. Dann etwas Zitronensaft. Der Ofen heizt übrigens auf 160 Grad Ober- und Unterhitze schon mal vor. Das können wir dann wieder verrühren. Und dann brauchen wir noch Mehl. Und das verrühren wir nochmal. So, und jetzt machen wir einfach so Kleckse auf unser Backblech. Dann kann das Ganze auch schon ab in den Ofen. Natürlich Platz lassen. So, wir sind fertig. Und zwar die Kekse sehen so aus. Jetzt muss ich wieder da hingucken, dass ich sehe, dass es euch richtig zeigt. Das ist unten übrigens. Da können sie eine leichte Bräune haben. Und oben sind die dann hell. Die waren bei mir 30 Minuten im Ofen. Und ich probiere jetzt mal. Ja, müsste gehen. Weil die sind noch warm. Deswegen will ich mir ja nicht die Gursch verbrennen. Hm. Schmeckt wie Grießbrei nur als Keks. Voll lustig, weil vom Kopf her bin ich das so gewohnt, Grieß nur als Grießbrei zu kennen. Oder halt Grießklößchen. Aber halt überhaupt nur als Keks. Nur was ich für euch verändere, ist einfach, ich merke gerade nichts vom Apfel. Ich würde auf jeden Fall für die Menge zwei Äpfel reinmachen. Ich habe jetzt einen genommen. Aber bis jetzt habe ich nichts vom Apfel geschmeckt. Deswegen, das ist das Einzige, was ich verändere. Und zwei oder drei sogar. Ich weiß es noch nicht. Im Endeffekt muss man es für sich entscheiden. Also zwei Äpfel auf jeden Fall. Sorry, ich musste gerade die Tür aufmachen. Äh, die Tür aufmachen. Das Fenster, weil es hier so warm ist. Deswegen, kurz und knapp, macht sie nach. Lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.